Liebe deutsch-demokratische Junggenossen, nachdem sich eine Überflutung von Modetänzen bemerkbar gemacht hat, möchte ich der westlichen Unkultur, die unsere, entgegen setzen! Kommt ihr wohl öfters her? Ist neu hier, oder? Mann, ihr könnt uns doch nicht kriminalisieren! Komm, 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 hier lang, hier! Was ist denn da aus? Mein Mann! Bring nicht in den Kakadu, die geben uns da ein Alibi. Was ist denn der Kakadu? Da kann man Musik hören, da wackelt der Mutter der Rock! Wolltest du nicht längst auf Schicht sein? Ist heute gar nicht Tag der Republik? Wenn du nicht sofort lächelst, dann erwirke ich dich! Und du? Was treibt dich so? Ich lebe so neben mir her! Komm doch heute Abend bei uns vorbei! Ich lese ein paar Gedichte vor! Was machst denn du hier? Gefällt dir gut, meine Frau? Du wolltest nicht abhauen? Glaubst du, dass im Westen alle die gleichen Chancen haben? Ich bin sicher, wir haben die Voraussetzung, der bessere Staat zu sein! Du hast da was im Nacken! Kuss! Sag mal, wenn du Luise so liebst, warum machst du denn mit anderen Frauen? Hast du nicht einen Traum oder sowas? Luise, ich muss hier weg! Das Land ist so schön! Aber sie machen Gefängnisse raus! Untertitelung des ZDF, 2020